Hey! Hey! Wir zeigen euch jetzt das Bett von der... Draculaura aus der Serie Todmüde Genau! Ja! Hier sieht man die kleinen Details eine Tasse mit Unterteller an der Kanne und hier ist das kleine Tango von Draculaura mit einem Stift Ja, ist ja ungenau aber egal Hier drinnen ist noch Bettzeug Kann man vielleicht sehr schlecht sehen Wart mal, ich leg das einfach mal hier runter, ne? Kann man es besser sehen? Ja, den Tisch kann man übrigens auch reinklappen Und einen Fernseher? Ja, und auch verzeigen Sonne natürlich Dann ist hier oben noch eine Lappe Hier ist noch ein Vorhang Und das Beste ist, man kann das was hier einklappen Dann ist ein Zunersack Oben Kann man hier noch ein paar Schätze reintun Wie zum Beispiel Der war dabei Ein Fledermausring Braucht man Unbedingt Hier haben wir den Creme von Draculaura rein Die Bauringe von Draculaura Und hier kann man alles reintun Wenn man zum Beispiel nicht unten haben will Hier kann man, also eigentlich sehr viel Schmuck Aber wir tun den Zubehör rein Gell? Mhm Dann kann man es auch ganz einfach wieder Einfach schließen Und dann kann man es wieder so stellen Die Bauringe von Dia 99 noch kein Kater Todmüde Franks Bett Franky, Hakulaura, Claudine, Laguna, Plio, Deuce, Gudea und Tod Hier noch mit Schmuck Das war's auch schon, ne? Bis zum nächsten Video Tschüss Ciao